Wir klären den Begriff Flussdelta. Der Begriff kommt erstmal von Delta und Delta ist ein griechischer Buchstabe. Davon gibt es einen großen und kleinen Buchstabe und der große, der sieht so aus, wie ein Dreieck. Wie kommt nun dieses Flussdelta zu seinem Namen? Das Flussdelta ist eine spezielle Mündungsform. Wir haben einen Küstenverlauf und wir haben einen Fluss, der ins Meer fließt. Das ist jetzt der Fluss, südlich davon haben wir das Meer. Wenn ein Delta entsteht, dann ist es im Mündungsbereich des Flusses sehr, sehr flach. Und weil es sehr flach ist, ist der Fluss sehr langsam. Wenn der Fluss sehr langsam ist, dann lagert er Material ab. Und zwar das Material, was er mitführt. Und wenn er dieses Material ablagert, dann kann es passieren, dass er sich sozusagen selbst den Weg versperrt. Deswegen muss er sich immer wieder neue Wege suchen, wie er an diesem Material vorbeikommt. Und dabei fächert sich dieser Fluss immer weiter auf. Da passieren sich dann, dass diese Meeresarme, diese Flussarme wieder aufeinandertreffen und sich auch verzweigen. Gleichzeitig trägt er das Material, was er aus dem Gebirge oder aus dem Gebiet, wo er entspringt, mitbringt, immer weiter ins Meer hinaus. Und dadurch vergrößert sich dieser Mündungsbereich immer mehr und verzweigt sich immer mehr. Und verlagert sich eben auch ins Meer hinaus. Und wenn wir uns jetzt mal die Form angucken von dieser Flussmündung, dann seht ihr, dass sie tatsächlich diese dreieckige Form aufweist, die ich jetzt nochmal rot kennzeichne. Und diese dreieckige Form, die ähnelt dem griechischen Buchstaben Delta. Und daher kommt die Bezeichnung Delta für diese Mündungsform eines Flusses.